Liebe Volksfreunde nah und fern, es sind nun ein paar Tage vergangen seit dem faktischen Verbot des Kompaktmagazins durch eine Order von Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Zunächst war die Aufregung durchaus groß und beherrschte die Debatten vor allem in den sozialen Netzwerken. Lagerübergreifend stieß diese offenkundig verfassungswidrige Maßnahme auf große Kritik. Tatsächlich handelt es sich hierbei um den schwersten Schlag einer Bundesregierung gegen Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes seit 1949, also gegen die Meinungs- und Pressefreiheit. Zustandekommen und Umsetzung des Kompaktverbot tragen durchaus totalitäre Züge, sodass es selbst Gegnern von Jürgen Elsässer verständlicherweise gruselte. Selbst die sogenannte Spiegel-Affäre von 1962 kann an der Stelle nicht mithalten. Immerhin soll heute eine Klage als Eilantrag eingereicht werden. Und wir dürfen gespannt sein. Einstweilen jedoch wollen wir unser Augenmerk auf einen anderen Aspekt dieses Ereignisses legen, nämlich auf die Reaktion des rechten, oder nennen wir es freiheitlich-patriotischen Milieus. Als vor einigen Jahren Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU das linksextremistische Nachrichtenportal in die Media verbot, gingen deutschlandweit tausende Linke auf die Straße und protestierten. Im Falle des nunmehr verbotenen Kompaktmagazins geschah hingegen im Großen und Ganzen nichts. Ja, in den diversen Chatgruppen auf Telegram oder bei WhatsApp wurde und wird geschimpft und geflucht. In den üblichen Blogs erschienen einige eher akademische Analysen der Situation und einige AfD-Politiker haben ihre Kritik mehr oder weniger deutlich in die Öffentlichkeit getragen. Aber darüber hinaus blieb es weitgehend ruhig. Apropos AfD. Geradezu peinlich war die Reaktion der Parteispitze. Man sei in Sorge und würde den weiteren Lauf der Dinge genau beobachten, so in der Art. Eine unmissverständliche und knallharte Solidarisierung mit Kompakt und dessen Chefredakteur Jürgen Elsässer sieht freilich anders aus. Offenbar möchte man um jeden Preis bei den Landtagswahlen im Herbst anschlussfähig für eine Koalition mit der CDU sein und will sich daher nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen für ein auch in AfD-Kreisen-nicht-unumstrittenes Magazin. Das wiederum wäre aber extrem kurzsichtig, denn es geht ja nur vordergründig um Kompakt. Tatsächlich aber um die Zerstörung des freiheitlich-patriotischen Vorfelds und hier vor allem um dessen mediale Akteure. Für wen Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes für dahin gelten soll, entscheiden dann am Ende die Machthaber auf der Basis eines willkürlichen moralischen Imperativs, mit dem man die Verfassung nach Belieben außer Kraft setzen möchte. Angesichts dessen hätte man erwarten dürfen, dass die AfD es nicht nur bei lauwarmen Statements belässt. Warum rief die Parteiführung nicht sofort zu einer Massendemonstration zum Schutze von Meinungs- und Pressefreiheit auf? Stattdessen versteckt sie sich hinter juristischen Gegenmaßnahmen mit durchaus zweifelhaften Erfolgschancen. Jetzt wäre aber die Stunde gewesen, mit aller Deutlichkeit auf den desolaten Zustand der Demokratie in Deutschland hinzuweisen, vor der totalitären Bedrohung zu warnen und den Protest gegen die linksradikale Bundesregierung auf die Straßen der Republik zu tragen. Indes ist die Luft allmählich raus. Und hier hat die AfD eklatant versagt. Die notorische Abneigung der Partei gegen das eigene Vorfeld der Widerwillen, sich mit anderen Akteuren des rechtsdemokratischen Lagers zusammenzutun, Stichwort Freie Sachsen, und ganz ordinäre, persönliche Animositäten, machen ein solches offensives Agieren aber leider unmöglich. Die Machthaber wissen das und fühlen sich genau deswegen ermutigt, die Repressionsschraube immer weiter anzuziehen. Derweil glaubt man in der AfD immer noch an den Weihnachtsmann, sprich an den Rechtsstaat und die Macht der Parlamente. Liebe Mitstreiter, dessen ungeachtet werden wir als Verein Küstenwende, Freiheitliches Forum e.V. sowie als Patriotische Begegnungsstätte in Güstrow unsere Aufklärungsarbeit weiter fortsetzen. Wir laden euch ein, uns zu unterstützen, sowie unsere Publikationen zu bestellen und gerne auch im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis zu verteilen. Zum Beispiel unsere neue Broschüre, eine kleine Anleitung zur Heimatliebe. Abonniert bitte auch diesen Kanal und lasst für dieses Video ein Like da. Alle relevanten Informationen, auch für Spenden, findet ihr in der Infobox unter diesem Tube. Bleiben wir also unerschütterlich, lassen uns nicht unterkriegen und denken stets daran. Freedom is the cure, Freiheit ist die Lösung. Freedom is the cure, Freiheit ist die Lösung. classification es die Lage, safina und diemaker gehören, und Messer seule. Alle reservatoren身en, immer zur souven embarrassed wurden und die instrumenten gibt,